Willi ist wirklich ein authentischer Typ. Mittlerweile ein Kölscher-Jugend. Mittlerweile? Ja, du bist ja nicht aus Köln, oder? Hallo, Herr Mauch! Aber du kommst ja nur mit dem Hut aus, oder? Nein, mit dem Kölsch-Jugend. Ja, ganz genau Kölsch-Jugend. Aber was ist denn das Ding? Ich hab nur gewusst, dass du ein Profi bist.